Folge Faktorio, ich bin schon mal hier runtergelaufen und habe auch schon mal ein bisschen über 1000, ich glaube 1300 Beton mitgenommen, denn wir fangen heute mit dem Bahnhof an und die Sache ist die, ich möchte gerne den Bahnhof hier etwas, etwas größer bauen, denn das wird in diesem mal ausnahmsweise kein Provisorium, ich glaube 3 breit ist gut oder, ne 3 breit ist auch nicht gut, 4 breit, überlegt gerade, kein Provisorium, sondern das soll hier dann groß genug für immer sein, so, bilde ich mir zumindest ein, ob es dann so kommt, werden wir sehen, so, also wir haben jetzt hier 2, 4, ich glaube 6 ist gut, wir brauchen schon, wir brauchen 1, 2, 3, Gleis, 4 Gleise, ähm, reichen 4? Ne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ich überlege gerade, ob es vielleicht auch Sinn macht, einen Teil nach da zu verlegen, aber nö, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Gleise, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja, damit hätten wir bis auf Wasser und Rohöl eigentlich alles abgedeckt und Wasser und Wasser sowieso nicht und Rohöl würde ich ganz gerne, äh, halt anderweitig transportieren und zur Not, äh, kann man ja noch einen hier dann dran bauen, aber glaube ich nicht, dass wir brauchen, so, so, ja, aber ich würde sagen, dann legen wir einfach den kompletten Bahnhof so aus, mit Beton, was wir jetzt hier bei den Gleisen dann halt machen, das ist auch Unsinn, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, dann hier runter, da, 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 weil dann können wir hier auch ordentlich arbeiten, wenn wir hier ein bisschen schneller rumlaufen können, auch wenn ich nicht glaube, dass das langfristig hier hält, also, dass ich genug dabei habe, um hier alles auszukleiden, äh, wäre es schon mal ein guter Anfang, denke ich, hier braucht man doch einige tausend, so, das Geräusch, ne, so, und weiter geht's, Joa, fertig, okay, ich glaube, wir brauchen hier noch 2000, aber das ist ja erstmal irrelevant, so, denn, das ist ja nur Bonus, sag ich mal, so, man merkt schon, man, auf dem Beton, wenn man läuft, man spart eine Menge Zeit, so, Hui, das wird mal ein Güterbahnhof, ähm, Bahnhöfe, Eisen und Stahl und rote Schaltkreise, okay, haben wir hier in der Nähe, glaube ich, irgendwo, das sollte okay sein, ähm, also Eisen haben wir hier, ist klar, dann Stahl haben wir hier irgendwo, da oben, Na, da ist er, so, wobei, ich habe eigentlich genug Stahl dabei, wo ist das Problem, äh, und, rote Schaltkreise fehlen jetzt nur noch, okay, ich wollte gerade sagen, hä, Stahl? Ah, schnarchi, 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 wir müssen die ganze Welt zu betonieren, am besten halt mit veredeltem Beton, aber 140, 150% Laufgeschwindigkeit, ja, 10% mehr, ist dann auch egal, so, ja, ist doch eine angenehme Zahl, so, also, ihr könnt euch vorne schon vorstellen, welche Ausmaße diese Raffinerie später annehmen wird, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht ein bisschen over ist, also, wir werden auch hier wahrscheinlich dann alles nochmal abreißen, ja, wir werden auch hier alles nochmal abreißen und das alles neu bauen, aber so ist das halt bei Faktorio, ne, kann das sein, dass die jetzt gleich echt fertig sind, die sind da unten nur noch 19 stehen? Ich habe natürlich wieder kein Ding hingebaut, ne, aber egal, so, also, die Züge kommen hier an und ich würde sagen, in diese Richtung kommen die an, hallo, achso, dann muss natürlich schon alles auf einer Ebene sein, ist ja klar, so, 1, 2, 3, 4, ah genau, wir haben eigentlich nur 5 gebraucht, egal, so, ja, finde ich schon mal ganz gut, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber jetzt kommen die Rangiergleise, das geht doch auch enger, oder? Geht nicht? Die Rangiergleise, Ja, dann machen wir es am besten so, dass das Hauptgleis dann quasi, ja, das Haupttrangiergleis wird, so, Das sieht irgendwie kacke aus. Nö, das gefällt mir gar nicht. Effizient, schön und gut, aber wenn die Optik nicht passt, dann ist das, dann ist das einfach nicht richtig. Was ist denn jetzt auf einmal los hier? Jetzt rasten sie wieder richtig aus. Wahrscheinlich, weil hier wieder alles läuft. Hier läuft nicht mal alles. Hä? Hier haben wir keinen Strom. Oh, die hatten noch nie Strom. Ups. So. Wir können uns ja Platz lassen, ne? Also im Prinzip habe ich ja gar nicht so viel Wahl, wie ich die Winkel baue. Das heißt, eins, hier direkt im Eck, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das ist halt dann wieder viel, ne? Ja, wobei, es geht eigentlich. Wenn wir sagen, hier zum Beispiel eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee. Hm. Ne, ich glaube, das ist alles einfach zu, zu weit auseinander. Ich muss ja selber erst mal lernen, wie das alles geht. Also bitte schreit nicht in den Kommentaren. Eins, zwei, drei. Und beim vierten. Eins, zwei, drei. Und beim vierten. Eins, zwei, drei. Und beim vierten. So. Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass das hier jetzt irgendwie noch da dran muss. Oh. Das geht sogar. Ha. So, Kernbrennstoff, Wiederaufbereitung. Das ist sehr gut. Gut. Dann kriegen wir aus den verbrauchten Uranzellen wieder das Uran, das wir nicht haben wollen. Yay. Aber mit dem Uran, das wir nicht haben wollen, können wir Uran machen, das wir haben wollen. Hätten wir nur das hier. Und. Das können wir nicht machen wegen Hochtechnologie, klar. Da sind wir ja quasi gerade dran. Was könnten wir denn machen? Arbeitsroboter, Transportmenge. Mhm. Hm. Kampfroboter, Flammenwerfer schaden, Lasergeschützturm. Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Inventar, Logistikplätze, Forschungsgeschwindigkeit. Das ist echt nicht erforderlich. Ähm. Entladungsverteidigung, Raketenschaden, Kohleverflüssigung. Okay, wo kommt man aus Kohle? Ja, aus Kohle, Schweröl und Dampf bekommt man noch mehr Schweröl, Leichtöl und Alkangas. Ja. Aber wir haben momentan jetzt nicht so den Ölmangel, ne? Ist das jetzt nicht so dramatisch? Das ist vielleicht ganz gut. Oder Produktivitätsmodul 3. Ich glaube, wir erforschen erst mal das. Ja, das ist schon eins der Sachen, die wir hier brauchen. Okay, und Raketenfeuerrate müssen wir auch noch. Geschwindigkeitsmodul 3. Ah, okay. Ja, dann machen wir erst mal das hier. Kostet nur 300. So. Weiter im Text. Äh. Ja. Äh. Ja, das ist nicht so einfach, ne? So. la 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 la. Nein. So. Dann. Okay, ich glaube, es ist sinnvoller, hier einfach immer schön direkt auf Schräg zu gehen. und im Nachhinein dann die Falschen hier abzubauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so dumm. Vielleicht schon, aber ich glaube nicht. so. So. dann fahren hier die Züge auf ihre entsprechenden Gleise. Tja, und da oben sollten sie rein theoretisch wieder aufs Gemeinschaftsgleis. was aber im Moment ein bisschen schwierig ist. Man kann natürlich sowas hier machen. und dann so. Und dann hat man hier so ein komisches Teil. Und sobald hier das ganze Eisen abgebaut ist. Und ausgerechnet hier ist es halt am wenigsten abgebaut. Ja. Also hier hinten ist es scheinbar schon abgebaut. Das heißt, hier können wir schon mal mit den Abrissarbeiten anfangen. Das ist gut. Weil genau da sollte dann schon die Wendestrecke hin. Wo das Ding hier ist. Aber ich befürchte mal, dass genau ja da vorne halt dass es genau da schwierig wird. Weil da noch das meiste Eisen ist. Ist ja besser gewesen andersrum. Aber gut. So plant man ja nicht. So. Wobei hier schon ordentlich was weg ist. Also. Hui. Muss man schon mal sagen. Weg. 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 Da sind noch 700. Da ist nichts mehr. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ja. Schick. Gut. Aber zumindest haben wir schon mal so eine Art Plan. Glaube ich. Das Rückfahrgleis. Das ist glaube ich auch sinnvollerweise drei irgendwie weg. Setzen wir die Schienen auch mal. So. Um die Kurve will ich mich jetzt nicht kümmern dass die gut aussieht. Ähm. Und dann kann man hier irgendwie so da so hin oder so. Mal gucken. Aber erst mal muss das weg. Egal. Arme sind ja noch lange nicht so weit dass wir das bräuchten. Was wir brauchen sind solche Pumpen hier. Denn die füllen die Züge. So. Und ich mache jetzt erstmal nur für den ersten Wagen. So. Das ist ja die Lok. Die ist ja eh elektrisch betrieben. Das ist egal. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier rüber. Eins, zwei, drei, vier. Und das Ganze da theoretisch nochmal. Und jeder von denen transportiert jetzt ein anderes Produkt. Das können wir ja theoretisch auch schon mal anschließen. wobei ich würde gerne mehr unterirdische Rohre benutzen, weil die soweit ich das gelernt habe, besser sind. weil quasi durch jedes Rohr wird quasi Flow verloren nenne ich es jetzt mal. Und aber durch so ein unterirdisches Rohr geht halt nicht das alles hier verloren, sondern nur das Ein- und Ausgangsstück. Und das macht es halt schon deutlich angenehmer. Zack. Zack, zack. Das geht dann da dran und das geht dann da dran. Und hier muss noch einer zwischen. So, damit hätten wir schon mal Alkangas, Leichtöl, Schweröl. So, und die hinteren, die bekommen jetzt im Prinzip die Produkte, die in anderen Chemiewerken dann hergestellt werden. Und das ist einmal Schmiermittel und einmal Schwefelsäure. Schmiermittel braucht ja nur Schmieröl, das ist easy. Und Schwefelsäure braucht ja Schwefel und Wasser und Eisen. Wasser ist kein Problem. Schwefel braucht Wasser und Alkangas. Haben wir ja auch da. Nur Eisen müssen wir dann gucken. Das zapfen wir dann irgendwo hier ab. Wobei, wenn die Fabrik hier weg ist, hm, dann müssen wir das irgendwie vom Bus holen. oder wir schippern das Zeug mit dem Zug auch hier her. Hm. Wenn man dann hier doch nochmal in die Richtung expandiert, da hat man ja quasi das Durchfahrtsgleis auch, beziehungsweise ist ja eigentlich nicht mal ein Durchfahrtsgleis. Das ist eigentlich auch ein Problem, ne? Wir haben gar kein Durchfahrtsgleis. Das ist eigentlich nicht gut. Das ist sogar überhaupt nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall ein Durchfahrtsgleis, wenn das dann später hier so durchfahren kann. Das heißt, dass wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, hier auch noch den Bahnhof weitermachen. Und zwar, ich würde jetzt mal mit 2 erweitern. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Dass wir theoretisch noch ein Gleis für Anlieferungen jeglicher Art haben. Gut, dass der Bahnhof nicht irgendwie übertrieben groß wird, ne? Also, finde ich toll. Woran mangelst dann an den Pumpen, an Motoren? Okay. Gefallen tut mir das ja nicht, was hier passiert, aber gut, kriegen wir schon irgendwie. Vielleicht bauen wir hier dann doch so ein Roboteil hin, der dann hier mit Reparatur-Kits. Dann müssen wir die Reparatur-Kits auffüllen. Außer besser als gar nichts. mal gucken, mal gucken. Gut, auf jeden Fall, das sind jetzt hier die drei Grundstoffe und hier, das können wir eigentlich auch schon mal anschließen. das mache ich sogar so, damit wir hier ein bisschen mehr Platz zum Durchlaufen haben. Oder? Ne, aber ich finde es eigentlich ehrlich gesagt besser so. Ich finde es einfach schöner so. Nicht besser, sondern schöner. also ich werde viele, viele, oder was heißt viele, ich werde einige Sachen auch rein aus optischen Gründen treffen, was natürlich die die Leute, die es richtig drauf haben, sich denken so, oh Gott, warum macht der das? aber bei mir ist auch Optik wichtig. No. So. Ähm. Was sicherlich Sinn machen würde. Oh. Okay. Dann, äh, ja, machen wir einfach das hier. Was sicher Sinn machen würde, wäre, wenn wir hier am Bahnhof Lager hätten. also wirklich große Lager. Uiuiuiuiui. Ich überlege gerade, wie wir das am sinnigsten machen. Ich glaube, wenn wir hergehen. Eins, zwei. Ich hätte gerne für jeden Stoff, also nicht nur für die drei, sondern auch für Schmiermittel und für Schwefelsäure große Lagerbestände. Finde ich aber so eigentlich nicht gut. Große Lagerbestände. Damit dann, wenn zum Beispiel gerade ein Zug kommt, der auch eben schnell genug abgetankt werden kann. Das würde aber eigentlich bedeuten, dass die Lager ja eher zwischen, also das sollte dann nicht direkt an die Raffinerie angeschlossen werden hier, sondern die Lager sollten dazwischen liegen. Quasi wie so ein Puffer. Aber wir brauchen viel mehr Lager, damit ich mir da korrekte Gedanken machen kann. Stahl haben wir ja, das heißt eigentlich mangelt es nur an Eisen und da wir hier praktischerweise direkt bei einer Eisenschmelze stehen. Drei. Lass ich es mir nicht nehmen, mal ein bisschen hier zu gönnen. So. Ja, je mehr die hier zu tun haben, desto mehr geht am Ende, dann könnte man jetzt behaupten auch der Vorrat hier weg. Und das ist ja ausnahmsweise mal, was wir wollen. Bergbauproduktivität. Ja, das nehme ich auch gerne mit. So, aktuell können wir bauen. 53 Lager. Passt. So. Ein bisschen Kram mal hier aus der Hotbar. Warum ist das alles in der Hotbar? Ja, Lager dürfen in die Hotbar. Auch hier ist wieder so viel Mist in der Hotbar. Fürchterlich. raus, raus. Ja, das darf eigentlich auch. Das darf auch raus. Also, verschiedene Strommasten sind okay. So, also. Dann würde ich sagen, fangen wir die Lager hier mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. 10 Lager pro Flüssigkeit, ist das zu hart? Nö, ne? Das geht schon. Das wäre jetzt für die Erste. 1, 2, 3 Abstand. ein Abstand. 1, 2, 3 Abstand. Ein Abstand. 1, 2, 1, 2, 3 Abstand. Ein Abstand. 1, 2, 3, 4, noch einmal. 1, 2, 3 Abstand. Ein Abstand. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Flüssigkeiten. Das war korrekt, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Flüssigkeiten, die ich verladen möchte. Okay. Soweit, so gut. 4, 5, 5, 5, Einige werden sich jetzt denken, was macht der da? Ich hab da schon so einen Plan gerade im Kopf. So. Gut. Mehr Tanks brauchen wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt. Ja gut, die zwei können auch noch machen. Das wäre, oh, das passt sogar ziemlich gut auch vom Platz her, ne? Das wäre jetzt quasi so das Lager. Und das hier ist jetzt die Zubringerleitung. Also von der Raffinerie geht es über diese Leitung hier ins Lager. So. Ja, die letzten beiden hier weiß ich noch nicht genau, wie wir das dann anschließen, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. So. Jetzt machen wir das hier nochmal weg. und dann würde ich hier 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 so quasi das rausholen aus den Lagern. vielleicht dann auch irgendwie so ist das gar nicht nötig. Mit einem Abstand reicht da eigentlich schon, damit sich die beiden nicht verbinden. Machen wir das mal bei den ersten dreien. Ich möchte mal schauen, wie sinnvoll wir das verkabelt bekommen. Oder verrohrt in dem Fall. Pumpe. Motor. Mist. Weil ich würde da nicht hier quasi jeweils eine Pumpe hin machen. Also da und da. Da und da. Da und da. Und damit würde das hier dann einmal reingehen. Dann würde es hier einmal reingehen. und dann würde es hier ja. Ähm. Hier einmal reingehen? Ist das so richtig? Es dürfte sogar noch einen weiter. weil wir müssen hier aufpassen weil hier kommt ja dann die Leitung weiter für die anderen Tankwagen. Deshalb die dürfen sich natürlich nicht berühren. So. Weil hier dann alles voller Pumpen ist. Für jeden Tankwagen haben wir dann Pumpen hier. Hier hier und da. So. Da einmal so damit man sieht was da drin fließt. Das finde ich ganz gut. Und hier sind dann Pumpen die quasi den Durchsatz aufrechterhalten. Weil hier ist ein Stück und wenn die das hier ordentlich aus den Tanks rausziehen und hier rein pressen das ist glaube eine gute Sache. So und die Bahnhöfe. gut können wir später beschriften weil wir können ja die die Stoffe an sich ja nochmal ändern. Zum Beispiel habe ich gesehen dass wir hier einfach ein grundsätzliches Problem schon haben dass das alles schon mal verschoben ist und eigentlich eins weiter rechts sein müsste oder zwei weiter rechts also eigentlich müsste der hier sein ja zwei weiter rechts weil die Zwischentanks die kommen dann auch alle weg und dann sind wir halt zwei weiter rechts bin froh dass unsere andere ja zwei weiter rechts ist schlecht zwei weiter rechts ist schlecht wenn ich mal ganz ehrlich bin wobei ja auch nichts dagegen spricht die hier zwei weiter nach links zu setzen nö also können wir ruhig das hier als Anhaltspunkt nehmen und dann passt das schon ja machen wir das so das heißt dass da nach was transportiert wird von da nach da und hier einfach so klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt wobei ich dann sagen würde okay dann wenn wir das eh schon so regeln dann machen wir das mit den anderen Flüssigkeiten halt genauso die werden dann halt dann nur anders hergestellt oder woanders hier auf der seite vielleicht gleich zum rohr ist es ja egal in welche richtung das fließt der Inhalt und dann sind wir quasi hier also wir haben jetzt die drei und dann wären wir hier bei dem rohr und das oh das geht sogar auch noch bis darüber durch krass also die range von den rohren ist schon super so aber das hier geht nicht mehr genau dann müssen wir dann so einen hier machen ah da kommt man sogar noch durch okay ja ziehen wir das mal so runter weil ich noch nicht weiß wo genau was hergestellt wird und so ist zumindest die die infrastruktur schon mal da auch wenn das mit den rohren zunehmend anstrengend wird weil die halt alle im weg sind ich denke mal da müssen wir hier zwischendrin zum beispiel hier jetzt 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ich würde sagen hier zum beispiel machen wir mal eine stufe ja wie soll ich sagen unterirdisch genau der komplette rohrverbund wird hier unterirdisch dass man hier einfach durchlaufen kann zack 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 so sehr sehr schön ja das könnte man jetzt an anderen stellen auch noch machen aber so zum 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 bleistift ist das schon mal ganz okay ja ich würde sagen bis zur nächsten folge laufe ich mal ein ründchen wieder und hole motoren damit wir dann hier mit den pumpen weiter bauen können und ja falls ihr ideen habt gerne in die kommentare äh dann können wir in der nächsten aufnahmesession ähm also quasi für die nächste woche dann äh eventuell noch ein paar änderungen vornehmen weil ich glaube nicht dass wir hier mit so schnell fertig sind ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss ja ja Bis zum nächsten Mal.